so liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge und es soll auch gleich losgehen wir spielen mal ja das bänder ist ja natürlich nicht frisch aber ich bin ja eben gerade erst mal auf fitness gegangen nächste woche dann mal gucken frische daddyok cruise cruise yo 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 ostunali yo schwarm 14 wir wollen jetzt hier die jungs mal pushen so und ist die frage wie kriegen wir jetzt ein besonders schönes spiel hin text modus vielleicht text modus text modus text modus weiß ich nicht keine ahnung gegen raus spielen ordentlichen fußball motivieren und sagen einstellungen rasen schnell und gesamte text blöcke und da hoffe ich natürlich dass jetzt ein ordentliches spiel bei rumkommt weil die jungs hier ja eigentlich absolut überlegen sind also da gibt es ja keine zwei meinung dazu 10 so soll es sein weiter so freunde und die nächste chance 20 sehr schön simon rolf ist der haut die dinge hier raus das freut mich da war fosten oder was auch immer schöne parade wahrscheinlich aber die fahne geht hoch abseits jawoll jetzt hier noch ein bisschen gucken die erste halbzeit ist gleich vorbei da kam eine chance von stecklenberg noch eine statistik jeweils wir hatten ein paar mehr wir hatten fünf wir hatten zwei gut also achten wir jetzt mal kurz darauf simon rolf ist natürlich ordentlich wechseln wir mal öst donali polop wird jetzt hier der kapitän ähm weil auch acht was 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 marktwert 19.000 krass ja ok meinetwegen bönisch 2,5 ja das ist zumindest glaube ich hoffentlich formsteigernd so das ist schon mal ganz gut jetzt hier die jungs die müssen noch motiviert werden freunde der sonne motivieren motivieren das ist gut motivation motivation und kiesling darf auch noch motiviert werden und jetzt muss noch ein bisschen durchgeknetet werden zack 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 dann gehen wir mal kurz hier rein öffnen die taktik ja können wir ruhig den einsatz auf 60 prozent machen dass sie nicht noch mehr davon verlieren kiesling emrit shan ist jetzt hier der spielmacher wir machen doch lieber bänder und das ist soweit in ordnung das lassen wir mal vom dings machen so und dann wird jetzt auch gewechselt das team darf doch bitte sich auch noch mal aufwärmen das was ich die ganze zeit ja natürlich hier nicht mache so und äh was ja oh da ist ein tor ja schön hey hey da 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 wir können natürlich auch tore schalten oder auf highlights oh einer verletzt top pack wechsel für hinter ok hinternet 3,0 597 zuschauer vielleicht hätte ich noch mal die dings schauen sollen bei den karten verkäufen kurz vorher präsentation jungs hobby crews so 7,0 da drücken wir einmal und dann besteht 7,0 ok 7,0 dann bekommt man Leben ne Lars Bender 1,0 Rolfes 1,5 Wollscheid 1,5 Hegler 1,0 Robby crews 1,0 gut Statusbericht der Verletzten höchster formgewinn joo wunderbar was hatten wir den trainings ziele gegeben ja ne wäre natürlich cool wenn wir statt ausdauer linker verteidiger reinhauen muss auf 100 probieren so äh, da haben wir aktualisiert, neuerdingsbums und Statusbericht, zwei Wochen noch gut, dann gehen wir, äh, ja, nachdem wir das hier machen Golf spielen und nochmal hier, ne, Zeit haben wir nicht, gut frische alles klar so, die Fitness sieht hier fast gut aus außer bei Son dann gehen wir mal auf Trainingsgruppen, wir machen dann mal Trainings, aktuelle Aufstellung okay dann vielleicht Form, nach Form sortiert okay, ne, wir machen doch jetzt mal ein bisschen frische so, und dafür machen wir dann ja natürlich, äh mal kurz gucken, Trainingsgruppen frische, jo, und frische sagt hier alles Konfetti, da ist die frische perfekt äh, Erholung Mittel Erholung Total wir haben noch ein paar Plätze da, ne da kann eigentlich noch mehr rein keine Ahnung mental so ein bisschen noch so, und die zweite Gruppe die ist ja natürlich gut drauf die kann, ähm die kann man Feldspieler Feldspieler Fähigkeiten machen so ein bisschen individuelles Zeug und die kann auch Feldspieler Feldspieler Fähigkeiten machen so das sieht doch nett aus für zwei Tage oder was auch immer weiß der Geier hm Hilbert ist noch angeschlagen ja, das wissen wir so Higuain wechselt von Neapel zu Real Madrid so, die nächste Woche steht an und Hamburg ist unser nächster Gegner mit einer Stärke von 302 mhm oh, Wolscheid lernt von Rolfes er ist glücklich mit ihm in seiner Mannschaft zu spielen und lernt eine Menge von ihm seine Fühlungsqualitäten verbessern sich um einen Punkt super gucken, wenn ich das sage er hat extra Fühlungsqualität verbessert und dann naja okay Summit Yezil auf 9 aha naja gut Alexander auf 7 da geht noch was hm so, mal gucken was hier der Dings sagt äh ich möchte ihn wieder rein haben Staphylides so Palopp meine Güte Reinhardt da muss einiges noch gehen wir wollen Toprak drin haben wie kriegen wir die Innenverteidiger dazu dass sie bessere Noten kriegen na gut ich kann sie natürlich in Sturm stellen wenn sie spielen ich glaube da geht dann einiges da schießen sie ein paar Tore und kriegen gute Noten ne ja gut äh Training ist jetzt diese Woche Trainingsgruppen ich denke mal das ist gut wenn wir wieder auf Sam äh Trainingsplan langfristig ist natürlich jetzt hier ein bisschen behindert so mal mit das weil da so viel äh Klimbim drin ist ne so Torhüter der darf auch ein bisschen was machen Standards zweite Mannschaft die darf man hier dieses Reserve Training machen okay dann steht das Spiel jetzt hier an Son den den einen Mann hier den kriegen wir nicht irgendwie gerade fit und Castro kriegen wir auch nicht frisch so wieder Textmodus geben wir heute unser Bestes Konzentration Taktik ähm jo 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 im Ritschand Sturmtank so lass mal ein bisschen schneller laufen hier 1 0 3 0 so so läuft das doch und da sehen wir gleich hier unsere Einsen Palop yes so wollen wir das sehen Stafelidis 2,5 jawoll Rolfes da kann auch gleich dann Östunali und Hegler rein Emrican ich weiß was ich dann bald mache ähm ich hole Schuhmacher rüber für ein Spiel oder so oder für eine Woche oder sowas und lass den dann immer auch mit auswechseln mhm Wolscheid hier der könnt für Toprank dann im Prinzip rein der mit 2 das ist eine gute Note Palop Stafelidis Emrican da weiß ich noch nicht so genau da haben wir nämlich noch Reinhardt ne oh Minus stellen wir mal für Can hin und dann darf der Co-Trainer den Rest machen zack so jetzt können wir den erstmal hier einmal hochloben loben 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 bringt nichts scheiße motivieren da sind so Sachen bei da kannst du an einigen Stellen überhaupt nichts mit anfangen aber naja so ziemlich sehr wird auch nochmal massiert danke aber nicht so fest alle Spiele aufwärmen ja da passiert dann nicht mehr so viel und der Rest hat sich dann natürlich nicht mehr so gut bewährt aber wir haben hier ein paar Spieler die eine gute Note haben Palop eine 2,0 das ist schon in Ordnung 11 Tage noch ok zweite Mannschaft dann sagen wir mal der ist schon fast so weit ne Form Aktion erste Mannschaft verschieben für eine Woche dann nochmal hier eine Runde golfen und dann trennen wir uns von ihr was hat sie eigentlich Geduld keine Ausgabe verhalten ist hoch Intelligenz naja aber nicht Fußball begeistert ich mach sie schwanger und dann verlasse ich sie aha so Ausstellung dann gehen wir mal auf den hier Schuhmacher Tag guter Tag dass du dabei bist schön schön dass du da bist freut mich das Training ok nochmal ganz kurz geguckt frische ja da haben wir jetzt hier 2,3 Kandidaten wie war das nochmal mit dem langfristig Trainings Trainingsumfang so ah ja ok wie war das hier ich kann das ja auch nicht hier ändern Torwartreflexe alle Feldspieler ne da gibt es eben nur hier diese Möglichkeit mit den Trainingsgruppen frische da sind eben ein paar dabei ne erste Gruppe wie frisch seid ihr denn 94 ok Trainingsgruppe 1 mach das mach dafür dann Regeneration sag ich einfach mal äh Überzahlspiel kostet natürlich jede Menge Fitness hier machen wir nur den weg und der dritten Gruppe die kann ganz normal trainieren Trainingsgruppe da ist aber gar keine drin die haben Fitness doch ganz nicht so gut Donati braucht Fitness gut deswegen gehen wir doch nochmal hier hin zurück und die machen hier ein bisschen normal Fitness sowas wie Fitness Parcours gut Scout ist zurück äh Scout Liste ok Alexander der hat noch die 9 ne genau Dribbling Kommunikation minus 50 ja das ist überhaupt nicht gut da müssen wir echt mal was machen also er hier würde nur Konflikt bringen also Zielsetzung ist 10 Moral minus 6 Kommunikation minus 50 potenzieller Top Spieler bringt uns aber dann wohl doch nicht so viel wenn er eben unsere Sprache nicht spricht er hat welche Sprache er hat keine Ahnung Serbisch da spricht ja rein gar nichts was wir hier sprechen wir haben auch gar keine Serben bei uns Team Dynamik ähm wir haben ja schwierige Kommunikation vielleicht sollen wir nach Bosnia suchen oder also Sparge ist jetzt nicht mehr so ganz krass dabei aber Grieche vielleicht irgendwie in Grieche oder so also er müsste doch irgendwann mal Deutsch können wie lange dauert das denn bis die hier Deutsch können Dolmetscher Lern Deutsch gibt's nicht warum gibt's das eigentlich nicht als Option Lern bitte unsere Sprache finde ich äh wäre eine passende passende Sache irgendwie so Kießling du hast die Saison verbessert ach Trainer ja na gut du trainierst sensationell wunderbar Rolf ist sensationell so Toprak äh Ginter na hat er sich äh hat sich schon verbessert ne über die Saison Karriere Stärke 71 ach ja kann man ruhig sagen ne äh Ginter gut Son was hat er für eine Form Moral Reiner Arzt äh gibt alles mal sehen was da noch geht Castro Sidney Sam höhere Ziele er hat schon viel legt Wert auf Gespräche ne das das mag ich gar nicht ich möchte ihm was anderes sagen aber ja machen wir das gut Robby Cruz was hat er denn da möchte im Training gefordert werden so er versucht sich rein zu hängen Daddy du hast gut trainiert wie wir alle so ein bisschen durchgequatscht haben super letztes Spiel du hast gut trainiert was er hat gesagt ja fünf fünf Punkte dazu gut jetzt der nächste Gegner Trier okay da hat was mit meinem Training überhaupt nicht gestimmt Jezeel 10 abgeschlossen auf 9 wissen wir äh das Training sagt what the frick sollten frische gewinnen Trainingsgruppen Fitness boing ähm irgendwie okay zweite Mannschaft sieht frisch aus ne sieht gut aus aber dafür nicht fit Training zweite Mannschaft da können wir eben nicht so viel machen Fitness extrem boom hau rein erste Mannschaft ja so Schumacher ist drin das finde ich schon mal gut dann haben wir hier ist Tafelidis wieder einmal der ist da drin Ginter nur ne 7 das muss jetzt besser werden da hoffe ich zumindest drauf Embrydchan jo gut dann gehen wir in den Textmodus gegen Trier die sind natürlich ein bisschen stärker und äh da hoffe ich natürlich für uns alle dass es ein ordentliches Spiel wird ja also es sieht gut aus also es ist ja nicht mal was passiert und er hat sich schon verletzt es ist ja nix passiert es geht gleich los mit der Verletzung in der 0. Minute Bauchmuskelzerrung wie hat er sich die denn gezerrt meine Güte geht richtig gut los so kein 2 zu 0 da kommt das nächste Tor wunderbar super Jungs gelbe Karte für Andreas Winter mhm paar Highlights hier genießen 3-0 weiter so und äh ich bin auf der Dings sie wurden auf die Tribüne verbrannt das ging doch ein bisschen schnell äh was hab ich denn da gesagt ich hab ja gar nicht so viel gemacht oder wow mal gut es steht schon 3-0 3-1 wow äh das nach 11 Minuten naja jetzt geht's wahrscheinlich drunter und drüber weil äh ich da fehl 4-1 5-1 gut Son ich bin stolz auf dich mit deiner 1,0 hast du dir jetzt dient ausgewechselt zu werden zack Lars Bender Lars Bender ähm äh ne dann machen wir äh Tonali so mhm 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 düdü 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 jetzt sind wir auf Lever Dudes und machen Emrecan zack gut ansprache wunderbar ihr seid so toll frische zack 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 und dann kann man hier noch mal Lob aussprechen da kann man motivieren da kann man motivieren und hier kann man motivieren da kann man Lob aussprechen das ist doch super der Rest wärmt sich hier auf forsten und ich bin auf der Tribüne ach so die Aufstellung das darf noch mal der Co-Trainer den Rest machen sind ja nur noch drei so die Highlights hier komisch ne es geht hier richtig richtig gut gegen ein doppelt so starkes Team wie vorher also vorher hatten wir Team das war 200 irgendwas aber echt ganz 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 komisch wie das hier so verläuft manchmal mit den Spielen hier fallen so viele Tore wie man lang nicht gesehen hat aber das ist natürlich das Gute die wir spielen ordentlich Elfmeter Leverkusen und zweiter Versuch Tor der zweite Elfmeter hier in diesem Spiel also das ist natürlich mal echt krass gutes Spiel also das nach 60 Minuten 8 1 9 Entschuldigung ich wollte mich da korrigieren schaffen wir mal hier zweistellig das wär geil zweistellig zweistellig oh man da würden wir aber abgehen zweistellig das wär Rekord hätten wir nämlich noch nie gehabt ne kommt ja mal vor Ballscheid für hinter boah ne 4 0 komm schade abgewährt 10 1 komm hau rein Daddy York hoffe es zumindest dass er es hinkriegt Thomas Müller M.I.V. M.I.V. Oh komm ey das wär so geil wenn wir ein zweites Ding da hätten also das ist ein zweistelliges äh oh schon wieder ganz knapp Auswechslung Thomas Broll für Martin Broll da sind wohl Geschwister dabei yes 10 1 wir haben's Levin Östunadi Levin Östunadi super ne also da kann man echt zufrieden sein das ist doch mal ein Spiel wie es sich gehört zwar die 1 ist bisschen hm wahrscheinlich kommt nochmal ein 10 2 oder am Ende 11 1 wäre auch cool aber da kann man es darf nicht mehr gewechselt werden ja so gucken wir mal wie stark die Verletzung ist ok mit nix 4 Tore von Kiesling Sam ein Tor und 4 Vorlagen Son ein Tor Rolfes 2 Tore Lars Bender 3 Vorlagen Toprak ein Tor und Östunadi ein Tor ähm gibt das nen Rekord? nicht so da haben wir ihn jetzt auf 10 gescoutet 3,6 Millionen oh das ist echt die Frage ne Scoutbericht schauen wir uns gleich mal an 9 Tage, 8 Tage, 10 Tage das war echt verrücktes Spiel oder? das ist echt verrückt so Böhnisch auf rechts also hier vorne im Sturm war Halligalli war Zirkus Halligalli war da los ähm Training läuft läuft Fitness Parcours Fitness Parcours da bin ich echt mal gespannt gleich mhm Scout Probetraining jo jo macht er das Schulprojekt gut ein Scoutbericht mal angucken minus 50 ne das bringt nix der kann einfach unsere Sprache nicht da haben wir echt ganz große Probleme so Hinweis von Assistenten Hegler tralala mhm Leno ist noch angeschlagen leicht angeschlagen ok äh dann würde ich fast sagen machen wir das so ähm lassen wir mal ein Spielchen machen äh ich guck mal ganz kurz auf die auf den Kalender hauen wir das hier weg Termin absagen machen wir das als nächstes Herbstmeistertitel geht an so Trainingslager wurde beendet Jungmannschaft ja wäre natürlich die Frage ob sich die dabei dann auch gut verbessern ne das hoffen wir natürlich Mats Schumann SRB-Jugend hier jede Menge gute junge Spieler ey die gehen aber auch ab so Javi Martinez wechselt von äh Bayern München zu Real Madrid für 20,5 Millionen Trainingslager reicht sehr gut so und ich sehe gerade sind schon 26 Minuten um ähm deswegen Morata ja auch ein guter Spieler aber ja langer Vertrag ja es besteht Verletzungsgefahr das ist wohl wahr deswegen möchte ich eigentlich oh das sieht vom Training das ist ja hier vom Fitness und so weiter sehr gut aus deswegen möchte ich eigentlich dass ähm Leno vielleicht nur in der Halbzeit spielt wollen wir es wagen oder lieber nicht so medizinische Abteilung ist abgeschlossen ja mal gucken was wollte ich bauen dann Wellness nö, Verein Trainingsplätze, die wären möglich 28 äh 21 Prozent weniger Verletzung okay ähh Fitness Parkour doch den Fitness Parkour ein Prozent mehr Bonus drauf für 18 Tage ja das machen wir So, gegen einen einfachen Verein, ne? Nagelbettentzündung. Oh Mann. Achtung. Sie haben keinen vollständigen Kader. Ja, möchte ich Spieler hinzufügen. So, jetzt ist es aber vollständig, wa? Wir gehen auch echt mit Offensiv los, würde ich sagen. Doch, Offensiv. Bernd Leno. Was ich denn? Wirklich? Das ist echt schwierig, das zu sagen. Ob wir jetzt spielen lassen oder nicht. Pass mal auf, wir machen was. Und zwar schieben wir hier mal kurz sortiert, Schumacher. Wie die erste Mannschaft für eine Woche. So. Erste Mannschaft sortieren wir da. Schumacher 74. Der freut sich echt ein Megakeks, dass er hier spielen durfte. und vielseitiger werden. Er ist gut trainiert. Ich habe das Gefühl, dass wir den ruhig in der Mannschaft lassen können. ähm, der ist ja sehr, 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 sehr gut. Sogar Hängelspitze wäre bei ihm drinne. Könnten wir praktisch da mit Kiesling tauschen und dann eher hängende Spitze dann einstellen. Ähm, Ginter steht dann drinnen. Yeldell, Bernd, Leno angeschlagen. Ja, komm. Machen wir das genau so. Aber das erst dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zusehen. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn es teilweise ein bisschen öde ist, wenn man die ganze Zeit nur so, hm, was mache ich jetzt? Ich weiß das gar nicht. Naja, wie auch immer. Freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet und bis denn zum nächsten Mal. Schuhu! Das war es auch erstmal mit dem Fußballmanager 14 und Bayer 04 Leverkusen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle, brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com slash zockerdues. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.